und zwar ist es heute mal wieder soweit various folge 2 und die jetzt auf dem server 321 kennt ihr das auch mit zwei aufhören müssen so wie sind das hier auf jeden fall wieder drin am start moino wir haben heute vor ein bisschen ja moino hey bändel ist drauf von hashtag versprochen ok weiß nicht was ein teammate hat hast du ich hab heute default äh ne ich hab ein princess alles gut und das sind wir alleine hier ich bin ja hier in der höhle du hast dich runter gegraben wir wollen heute ein bisschen eisen fahren denn wahrscheinlich werden wir ihn eh nicht finden ist blöd gelaufen wir nehmen das gerade wir müssen jetzt jeden tag eine andere folge aufnehmen wir durften nicht nacheinander so wie es eigentlich in various 1 war ich war ja bei 32 dabei ist aber auch nicht so schlimm ich weiß man kann grad nicht so viel sehen ja ich habe aber hier sehr viel kohle das bedeutet ich war mal ganz kurz ein paar fackeln dann habe ich meine zuschauer müssen wir sehen können heute muss ich mit die ich musste erst ein princess den salin und ich wollte wieder heute installieren ich habe vergessen also gerade ohne touch effect das schlecht das hättest du mir vor der aufnahme sagen müssen ja ich habe vergessen in welcher höhe sind wir weißt du das ungefähr von schätzen wir sollten noch viel weiter runter ist einfach viel weiter runter kann ja ja viel weiter runter ok so soll ich vielleicht nicht abbauen hast du gerade irgendwo gebaut ja ja alles klar er bändet es solo also auch von der full iron ist wir hätten ja wir werden jetzt eben von iron erst mal machen und dann klatschen oder wir wollen wollen wir erst mal die erfahnen gehen ja ich würde auch die erfahnen weil wird schwierig kann ich habe wir haben diesmal nicht wie davor in der da also ich wüsste jetzt nicht wieso weil das wäre ich glaube ich ja ich weiß nicht ob ich nie da halt so gern gehen jetzt hört warum ist ihr dort bis heute ist halt ein baum okay weiß dann hat man das hier oben ist es normal normal magst du auch irgendwas machen es noch nicht mich hier ist auch noch direkt hieß ja das ist so gut er kann mitnehmen wir müssen irgendwann wieder nach oben um essen zu fahren wir haben nicht aber zum glück aber meine sagen warum er nicht so viel zum glück weiß nicht wo das sinn macht aber egal ich habe eine höhe gefunden ich habe ein feuerzeug ich bin in der höhle ich bin in der höhe sein okay 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 ich habe ein stück und ich mache kurze workbench leckt das so vielleicht ja ein bisschen aber ich habe das gerade ja aber nein wir haben jetzt schon bis eisen machen was man als erstes ich würde sagen wir nehmen das erstmal ein bisschen mit und farmen erstmal wie viel brauchen wir eigentlich hast du genug holz hast du genug holz nicht viel wir müssen wie gesagt wir haben ja erste folge nicht viel geschafft leider das ist das problem deshalb müssen wir jetzt die nächsten paar folgen ganz viel rausholen heute schaffen wir mehr als neun folgen ja das mag sein aber damit müssen wir jetzt mein leben wasser jungen geht halt so weit weiter was du lächst bei mir mega ich hab nur noch kohle hallo hallo ja ich höre dich alles gut alles gut okay es merkt nur irgendwie ich weiß nicht ob es dann disco liegt oder ob es dann minecraft liegt ich habe keine ahnung hätte ich bei die mein kopf aber auch dann liegt wahrscheinlich an dir ich glaube ich weiß sogar warum ich glaube ich weiß aber jetzt gerade also alles läuft dann lass mal wasserfall hoch bist bei mir das ist mein namen also bist schon da oben beim wasserfall okay ich komme warte im moment du lächst grad mega rum bei mir ich gehe mal kurz aus dem call ja was passiert okay aber du lächst grad mega rum das ist echt kacke für die folge einem sorry leute du lächst bei mir auch ja das ist wahrscheinlich dein internet weil bei mir läuft alles komplett flüssig ich weiß nicht ich glaube ich komme mir mal ein bisschen nach oben hallo ist hier ein creeper ok was war suche da ab suche nach reisen ja ich wollte gerade ich würde sagen wir erkunden nicht die höhle sondern bei uns einfach gerade wieder nach unten weil wir wollen ja ich brauche das ganze eisen kurzer eisenbraten ich wo bist du denn gerade ich komme gleich zu dir moment dann kann ich nämlich viel viel mehr eisen dazu wahrscheinlich oh mein gott hast du kohle ja ich habe sehr viel kohle liegt überall kohle rum junge ich habe eine riesengroße eisenhade ich habe kein holz mehr ich bin holz pleite jemand muss oberfläche gehen auf jeden fall gehst du einfach ganz kurz warte ich bin gerade getrennt von dir ne gib mir mindestens komm mal zu mir siehst meinen namen und siehst meinen namen dann komm wieder zurück dann wirst du meinen namen bestimmt sehen das ist echt krass heute lasst uns auf jeden fall gleich wieder nach oben weil ich brauche essen und ich habe keinen bock zu verhungern bis lava und ist sehr viel eisen oh mein gott dann geh oberfläche ja ne ich will ja wissen wo du bist weil ich ins nieke mich in die oberfläche und mach deine sachen also dein geld da bist du das bist du siehst mein name ich bin über die ich bin ganz oben ich brauche mich gleich einfach geradeaus runter wirklich beide andere sachen bei mir ist auch aber wir auch schon zu wasser haben wir noch viel zeit noch sieben minuten das reicht ich bin ja kann sein erwarte ich so ganz kurz wasser das ding ist also jemand muss oberfläche und ich gehe ich habe zwei balken ich habe zwei balken also wenn ich einen schaden bekomme und dann hier ein mob ist dann bin ich tot wie du hast zwei balken du sollst nicht so viel kennen ok warte komm mal zu mir ich renne ich kann ja nicht mal rennen wo kommst du überhaupt ich bin runter ja egal ich gehe jetzt oberfläche ich gehe oberfläche ja aber ich habe hier meinen ofen das ist das ding ich habe auch meinen ofen aber er bleibt doch bei dir bleibt doch beim ofen ja ok dann bleibe ich jetzt beim ofen dann chill ich hier ein ein bisschen equip ein bisschen ganz viel equip und dann wenn wir full iron sind oder was weiß ich wo hier ist noch ein bisschen eisen auf der decke jetzt liegt lieber dann siehst du mich besser wir wollen auf jeden fall ganz viele leute klatschen dieses mal so dass people can remember our names oh da bist du ja gleich warte ich gebe dir gleich hier warte ich mache mir kurz ein brustpanzer oder warte den schenke ich dir komm mal her komm her hier schenke ich dir ja okay dann warte willst du noch schücheln haben hier willst du airports ich habe airports für dich guck mal hier ich habe airports ich habe airports an meinen füßen ich nehme meine werkbank mit der blut und bleibt du und nur form dass euch nach unten kam okay dann glaube ich wieder runden hatte vielleicht nicht da vielleicht hier aber bleibt in meiner höhe also bleibt in meiner los runter bauen ja ich bin an den gleichen ort nur ich brauche mich halt ein bisschen runter weil ich verhungere gleich aber du willst ja kurz essen weiter wo wir sind drei wäre vielleicht nicht so gut weil sonst werden uns nix leute einfach so geradeausbruch ist auch irgendwie oh leu oh leu wo bin ich jetzt hier gelandet warte mal sind wir in einen berg gegangen kannst du heute mitnehmen kannst du heute mitnehmen ich mache alles oh mein gott ich krieg schon schaden ja echt jetzt schon schaden du stirbst du stirbst dann sonst nein ich habe dann ein halbes herz nein du stirbst wegen hunger ich bin oberfläche das ist auch noch nacht draußen ich glaube ich finde ich dass du stirbst nur dass es weiß jetzt noch mehr gold ich habe gerade gegelten ich habe ich habe immer alles erstmal beraten bevor das ist okay außer du hast gar nichts mehr dann ist einfach ich habe mich ein bisschen doppelt nach oben nur dass du es weiß oh mein gott ist so armsehlich nehme ich jetzt sterbe nach draußen ab ich bin bei lava vielleicht ist er die ja warum ist ja obsidian nämlich ein bisschen an erste folge letzten war ja ich kann schon mal essen braten damit der eisenkohle juckt uns nicht hinten vielleicht irgendwo diaz da kugelt gleich mal nach ich gehe noch ganz gut nach oben guck mal kurz wegen eisen das bändet auf einmal kommt ich weiß warum aber kann gut sein dass bändet kommt ich denke nicht dass er irgendwas hat ich weiß es nicht aber ich muss durch verbrennen ich habe jetzt voll iron außer brustpanzer und schwert moment ich mach kurz schwert für mich eisenschwert so dann schmeiße ich kurz das stein schwert weg das brauche ich jetzt nicht mehr einer von uns geht einer von uns geht fahren und ich gehe sehr viel essen du gehst essen fahren ich gehe kurz in die mine rohstoff fahren aber zeigt bitte nicht unsere kurzen zu schlecht da habe ich nicht aber merkt ihr einfach den ort wo ich war ja gut weiß ich ob ich mir das merken kann doch das schaffst du das ist okay ich bin voll warum wirst du eigentlich warum wirst du eigentlich ein bisschen aber ich krieg ja kein damage passt bei mir aber wir haben noch ich glaube dann noch zwei minuten ok ja aber wir haben schon fast voll iron also wir brauchen nur noch ein bisschen gold ich habe sechs gold das würde fast würden gold aufbereiten ich muss aufpassen weil ich habe keine lust in lava zu sterben weil das sehr peinlich von meinten so weit wird gibt es profi wie ich euch gold sorry leute mike lag also aber ja bei mir lagst du ich habe acht gold wir können einen gold abgemachen und wir haben genug eisen für eine frühere sie ist glaube ich jetzt dann brauchen wir nicht ne ich denke mal nicht es hat blöd dass man nur 15 minuten da das müssen wir eigentlich mal erhöhen auf 20 oder so weil es ist echt nicht so anstrengend hier draußen wieso ich brauche mich gerade über lavasse für ein stück heißen wir sind sogar mehr ich bin in deiner nähe aber ich weiß nicht ganz genau wo du willst ja ich kann mich ja gleich ans nicken kurz moment ich renne kurz zurück obwohl ich kann ich soll lieber nicht rennen oder ich kann nicht mehr rennen rip alter oh mein gott so wo bist du kommst du ich habe ich habe hunger probleme ich mache ich mache die rüstung ja muss mir noch ganz schnell beraten nicht dass ich sterbe das habe ich so eine lederjacke ohne ohne grund so ok ganz schnell ging das ja meine ich doch das dauert viel zu lang meine ich doch weil ich ja wieder mein dann brauche ich mich nächste folge noch mal ein bisschen weiter runter denke ich mal mehr können wir gerade nicht tun bevor ich das jetzt mache kommt gibt es noch tiere irgendwelche wir haben wir haben die zettel verkackt ich kann mich nicht einbauen moment ich muss das austauschen hier sind noch scharfe machen wir nächste ich bleibe mehr oh ne ich habe nicht mehr aber lassen wir es gut Leute wenn es euch gefallen hat dann lasst gerne eine positive bewertung da und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder wenn es heißt VARIOS adios NIEF 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 NIEF